Eine neue Runde, eine neue Sause, wer will nochmal, wer hat noch nicht, es geht weiter mit Wreckfest, das ist jetzt Teil 4 von 5, ja Teil 4 von 5, auch hier ist wieder ein Key für dieses Spiel innerhalb des Videos versteckt, viel Spaß beim Suchen, ich hoffe ihr denkt dann auch dran eventuell beim Community Event mitzumachen, wenn ihr dann von Wreckfest hier gewonnen habt, ihr könnt euch gerne auf Twitter melden, damit ich Bescheid weiß, ansonsten einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt viel Spaß mit Wreckfest, das Info ist ja noch gar nicht vorbei, Mensch, jetzt aber, jetzt geht's aber richtig los, jetzt wird geprügelt, jetzt geht's los, jetzt geht's los, wir hätten da noch nicht bereit gedrückt, drückt mal bereit Leute, drückt mal bereit jetzt, auf geht's, nee Drescher, Harvester Party, oh mein Gott, Ich hab ein bisschen Schiss, das war, weil ich nicht so viel, ähm, rocken können, weil es gibt nicht so viele Schulbusse und die Schulbusse, die waren am leichtesten zu tickt da und den Mähdrescher muss man in die Seite fahren, daran erinnere ich mich. Die ganzen Busfahrer Districts auf YouTube kommen. Rocket 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 So Ach du Scheiße Ach du Scheiße, das ist ja Das ist ja so ein bisschen, ein bisschen Hunger Games Okay, wenn man mit vollem Karacho, ähm, okay, man muss mit vollem Karacho, ähm, okay, 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 ich muss Geschwindigkeit, 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 so, was hab ich, oh yes, oh yes, okay, ich komm nicht schnell genug mit dem weg, da muss ich dran arbeiten, ich hab noch keinen Fake Down, das ist ganz schlecht, Geschwindigkeit aufbauen, Geschwindigkeit, 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 Geschwindigkeit. Und dann fahre ich irgendwo rein. Gut. Oder ich falle auf die Seite. Weil die Kurve zu schnell ist. Oh la 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 la. Der hat mich ernsthaft jetzt noch an der Ecke erwischt? No. Alter, warum macht dann immer meine Kamera so komischen Kram? Ich bin da noch gar nicht erst angefahren. Ich komme mir einfach nicht weg. Ich glaube, wir gehen, was da gerade geht. Und wem wurde ich denn jetzt demoliert? Was ist denn genau? Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin so schlecht. Ich kann nicht fahren anscheinend. Okay. Ernsthaft? Ich komme hier echt keine zwei Meter vom Fleck? Weil immer irgendjemand mir in die Seite fährt, kaum bin ich gespawnt. Wenn du erst mal anfängst. Dann wird das richtig übel. Ich habe keine Punkte bis jetzt. Ich bin richtig mies. Ich glaube, die machen auch alle diese Taktik, dass sie dann ganz schnell resetten. Das ist schon ein bisschen mies eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Die Reset-Taktik ist schon ein bisschen mies, doch. Weißt du, das ist dann Resetten jedes Mal. Und dann stehst du wieder und dann kann ja erst mal keiner was. Aber wenn die das auch machen, dann wird das auch. Bam! Sexy Jack. Oh yeah. Oh, power. Das hat wehgetan. Nein, ihr braucht deinen Führerschein. Hab ich nicht. Brau ich nicht. Will ich nicht. Unnötig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich muss mal was überfahren. Ich will mal was überfahren. Ja, ich habe einen Takedown. Okay, das ist schon mal ganz viel wert. Aber ich bin jetzt wenigstens nicht mehr Letzter. Das ist schön. Ich hätte... Das ist taktisch. Das ist so unfair. Ich bin doch gar ein erstes Borg. Hallo. Ich habe mich, glaube ich, gerade selber neuniert. Bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Das ist so unfair. Ups. 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 Miffi. 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 Ist nie. Ist nie. Alter. Dass die sich immer resetten. Das ist so fies. Das ist doch kein faires Spiel, wenn die sich immer resetten können. Dann sollen die, dann sollen die nicht kaputt fahren. Okay, muss resetten. Sonst wäre ich da irgendwie festgebackt. Ich mache das mal so wenig wie irgendwie möglich. Oh Gott, schau. Frisch die jetzt. Frisch die einfach. Das ist alles kaputt. Zusammenstoß. Sieht ihr? Die verschwinden dann nämlich immer, wenn die resetten. Ja, das ist irgendwie nicht so geil. Dann müssen wir so... Ja, komm schon. Dann können wir immer so lecker, dass wir nicht mit dabei sein. Haben wir klar. Resetten müsste Punkte abzugeben. Finde ich halt auch. Alter, das vibriert halt nur noch. Okay, diesmal... Demolischen ist diesmal anscheinend nicht meins. Oh, ich hab was demoliert. Oh, ich hab was demoliert. Ah! Hä? Nein, ich kann doch gar nicht mit den Tännen. Was ist denn hier los? Brücke X, um zurückzusetzen. Ach so, das macht dann irgendwie Sinn automatisch? Dann mache ich immer auf. Wieso zählt denn das denn für mich nicht? Warum verschwinden die denn immer alle? Ich lass mich... Die haben ihre ganze Punktzahl nur, weil ich mich takedown lasse. Ich darf mich zu resetten die ganze Zeit. Hier, Kaku, das kann ich nämlich auch machen. Du wirst einfach resettet und dann ist gut. Das ist nicht fair! Das ist nicht fair, gell. Nein. Nein. Das war so schlecht. Nee, also das war... Wenn ich das gerafft hätte, dass man einfach so resetten kann, dann... Ja, hätte ich das auch am Anfang angemacht. Ich finde es halt irgendwie blöd, wenn du einen Demolition-Modus hast und du kannst den die ganze Zeit resetten. Oh, jetzt gibt es wieder gemischt. Banger Race. Ich hab so Schiss. Die werden jetzt... Ich guck mal, was die anderen alle auspacken und dann entscheide ich mich, ne? Ja, den Harvester, dass der immer dann von hinten kaputt geht. Schwierig. Also, der ist da sehr schnell kaputt. War jetzt aber auf der Strecke auch nicht so smart. Glaube ich. Ich kann mir vorstellen, wenn viele Leute den Harvester nehmen, ist es sinnvoll, ein schnelles Auto zu nehmen, um den auszuweichen. Wir müssen jetzt taktisch immer da rangehen. Okay. Okay. Ähm. Mit wem fuhr ich gut? Mit dir fuhr ich echt gut. Du hast aber eine Menge aus... Nee. Wer hat eine Menge ausgehalten? Du hast eine Menge ausgehalten. Dolo, Mauda, Dolo. Ich versuche mal bei Ladeszeiten vorzuspulen. Ja. Alte YouTube-Angeborenheit. Ich finde es ein bisschen sad, dass das Spiel so ein bisschen hinterher laggt. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie einen V-Sync ausschalten sollen oder sowas. Ich finde es schon ganz schön krasse Kahn. Ich so und ich so. Aber ich bleibe trotzdem mal beim Speed-Building. Der Speed-Demon ist gut. Dieses Spiel gibt es wohl schon recht lange, aber irgendwie ist das jetzt noch ein neues Release oder eine Überarbeitung. Irgendwie bin ich etwas verwirrt, wenn es darum geht. Aber alle Infos findet ihr natürlich auch gut. Entschuldigung. Da war jemand vor mir. Das habe ich nicht gesehen. Bin natürlich auch auf Steam. Oh mein Gott. Was passiert hier? Es laggt. Oh wow. Alles klar. FPS brauche ich nicht. Ich sehe nicht ein. Ich brauche keine FPS. Ich fahre einfach so. Ich fahre einfach, einfach. Ein bisschen mit Le... Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Ja, wenn du hier zu schnell fährst, dann musst du jetzt nicht in mich reinfahren. Oh mein Gott. Er macht mich wahnsinnig. Kinderstunden. Mein Gott. Dann geht doch runter vom Gas, wenn ihr nicht fahren könnt. Oh mein Gott. Die fahren alle zu schnell. Ihr fahrt viel zu schnell. So kommt ihr gar nicht in die Kursen. Guck mal, die dämonieren sich dann alle da vorne. Ich kann so nicht... Ich kann so mit... Ich kann mit solchen Amoteuren gar nicht nicht fahren. Das ist mir... Die sind mir zu kacke. Währends mal Autofahren, Kinder. Mit 120 eine Kurve nehmen. Ich glaube, Takt. Bitte kann da innen mal fahren. Vielen Dank auch, ihr Hundesöhne. Es ist nie meine Schuld. Es sind immer die anderen. Da legt dein Kortenschädel. Alter. Ich wollte mich von dem jetzt... Seht ihr, wie ich den elegant ausmaniviert habe? Von dem wollte ich mich jetzt nicht treffen lassen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn du nicht weißt, wer durchsichtig ist und wer, wer doch durchsichtig ist, dann wird es so schwierig hier zu fahren. Oh, Kenneth, lass mich doch jetzt auch mal fahren. Alles Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das kann man machen. Ja, nicht so elegant aus, aber kann man machen. Ich fahre lieber elegant hier um die Kurven, ja. Ich zeige hier, ich zeige mir, was ich kann und so. Also muss man ja schon mal sagen hier, dass ich das jetzt ganz gut mache. Also es sieht doch ganz nett aus. Ich habe einfach Schiss, da ein bisschen aufzuholen gerade. Weil die sich da vorne gerade echt nicht viel geben. Vorsichtig, ein bisschen Land gewinnen. Vorsichtig, ein bisschen Land gewinnen. Vorsichtig. Und jetzt ein bisschen Gas geben. Und jetzt abbremsen, abbremsen. So, das passt, das passt, das passt. Danke, Ki, danke. Sorry, sorry. Das hat nicht so gepasst. Langsamer wäre besser gewesen. Nein, 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 nein. War so nicht geplant. War nicht geplant. Well, that is related quickly. Wenn ich mich versuche zu konzentrieren, fahre ich schlecht. Lassen wir das mal, Jay. Jay, Jay. Jay, wir lassen das jetzt. Jay, ich habe gehört, wir lassen das. Ich habe gehört, Jay ist gleich kaputt. Der sieht halt nicht so aus, als würde er die Runde noch überstehen. Ach, das ist ja letzte Runde, ne? Von daher. Ja, mhm. Mh. Mh. Okay. Wow, 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 wow. Knapp, 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 knapp. Immer schön runter vom Gas, zwischendrin mal bremsen, wenn ich schneller bin, wenn ich unten war. Die Strecke hat es echt in sich. Hier musst du mega die Übersicht bewahren, damit du es hinkriegst. Wow. Aber ein bisschen Kollateralschädel. Oh, oh, oh. Alter. Was machst du da? Was machst du da? Geh mir, geh mir aus dem Weg. Oh, 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 oh. Ähm, das war eine gute Erfahrung. Alter. Ja, aber ich, also, es war nicht so schlecht, finde ich jetzt, ne? Guck mal, also, ich hab, ich hab mich bemüht, ja? Ich krieg jetzt ein Fleißsternchen in mein Heft. Also, hier mit Taktik rangehen ist echt nicht so einfach. Na, guck mal, Platz 12, das ist doch in Ordnung. Wie viele Leute gab's überhaupt? Guck mal, das ist Mittelfeld. Das ist Mittelfeld. Das kann man, das ist in Ordnung. Mittelfeld ist okay. Damit komm ich klar. Mittelfeld kann ich akzeptieren. Fleißsternchen. Sie war stets bemüht. Da geht man kurz essen und schon driftet sie wie ein Pro. Ich kann das ja. Das Problem ist, die anderen driftet in der Mann nicht rein. Und Razz, Razz, wir brauchen auch ein Community-Event. Lass uns mal mit meiner kleinen deutschen Community, lass uns mal racen. So im Discord sich gegenseitig anschreien und sowas. Ja, das war mal wieder eine krasse Runde Wreckfest. Mit Wreckfest und dem Spiel Wreckfest, das halt genauso heißt wie das Event. So, super. Weiter. Hallo, hallo, ihr seid Honigball. Hallo, hallo, ihr seid Honigball. Hallo, hallo, ihr seid euer Honigball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017